Was ist in Deutsch, die Folien in Englisch, weil ich den Vortrag eigentlich nur hier in Deutsch halte und sonst immer in Englisch? Ich habe die jetzt nicht geändert, aber ich denke, das soll ja kein Problem sein. Zu dem Vortrag selber, der besteht aus einer kurzen Einführung. Ich werde die Definitionen weglassen, weil ich habe 70 Folien für eine Stunde, das wird ein bisschen knapp. Und das ist schon echt gekürzt, also nochmal um 30 Folien. Dann so ein paar Basics zu Flash und Action-Skript. Ein paar Sachen, wie man Flash exploitet und ein paar Beispiele, wie Exploits gebaut werden, die auf Flash basieren. Und zum Schluss noch ein bisschen was zu Air, eine Technologie von Adobe, die jetzt irgendwie in den nächsten zwei Monaten finalisiert wird. Ein paar Worte zu mir. Ich arbeite für Sektion 1. Das ist eine Firma, die sich mit Web-Security beschäftigt und jetzt gerade frisch gegründet wurde. Beschäftigte mich seit ungefähr 1998 mit Web-Application-Security. Hatte jetzt auch zwischendurch immer mal so ein paar andere Sachen, die ich gemacht habe, also Entwicklung und so. Aber das ist schon, also hat irgendwie 1998 angefangen, als ich ein Defacement hatte und gesagt habe, ich will einfach verstehen, wie das funktioniert hat. Und so ging es halt los. Und habe vor ein paar Monaten angefangen, mich mit Flash zu beschäftigen und habe erst mal sehr gestaunt darüber, dass da relativ wenig Sachen irgendwie publiziert sind, außer so Buffer-Overflows und so in den Player. Und habe ein Wiki aufgesetzt, was halt die Sachen, die ich so gefunden habe, alle Advisories, die es gibt und irgendwie Tools und so weiter, mal versucht zu dokumentieren und auch die Sachen, die halt sozusagen neu discovered werden, einfach auch hinterlegen kann. Meine Motivation für den Talk war, wie es schon gerade gesagt hat, dass es halt irgendwie außer Flash-Is-Evil eigentlich relativ wenig Wissen in der Security-Community darüber gibt, was Flash eigentlich kann und wie böse es sein kann, wenn es falsch programmiert wird. Dann war das Erste, was ich gefunden habe, mit dem haben wir zusammen auch schon mal gleich ein ganz lustiger Bug, den ich nachher auch hier demonstrieren werde, der Scannen ermöglicht von lokalen Netzwerken. Und außerdem haben halt Player und auch die Server, also die Media-Server von Adobe einfach echt Bugs, da fällt einem nichts mehr ein. Sehr viele von den Folien sind von jemandem, der sich halt damit, also auch beschäftigt, ein Italiener, Stefano Di Paola, der ungefähr zur selben Zeit angefangen hat wie ich und halt sozusagen seine Findings mal in so einem Talk verarbeitet hat. Und ich habe halt wie gesagt sehr viele von den Sachen, die er gemacht hat, auch in den Folien hier verewigt. Diese Definition lasse ich mal weg, das sind so ein paar Sachen, die sind nachher viel spannender, wenn man das in den Folien sieht, nochmal um sich zu rekapitulieren, was es alles gibt. Also wichtig ist vor allem diese Abkürzung, die ich sehr oft benutze, das AS, Stütz für Action-Script. Die anderen Sachen, die jetzt hier so noch stehen, da werde ich auch nicht hin erklären. Tja, Public Research brauche ich auch nicht so durch. Also es gibt halt relativ wenig Sachen, die passiert sind, das sind immer so einzelne Sachen wie diese Get-URL-Funktion oder eben diese Klick-Tags und so weiter. Aber es gab halt bis zum Talk von Stefano eigentlich nichts, wo mal jemand diese Interna von Flash mal so auseinandergenommen hat und mal so beschrieben hat, wo eigentlich so Probleme bei der ganzen Sache sind. Fangen wir jetzt mit den Basics an. Was Flash eigentlich ist? Flash ist ein proprietärer Standard und der ist eigentlich gedacht für Rich Media Applications, also Filme, Audio und so weiter. Die Lizenz von Adobe sagt, du darfst zwar lesen, wie die Spezifikation ist, aber wenn du diese Spezifikation gelesen hast, dann darfst du keinen Renderer mehr bauen. Das hat eine Auswirkung auf ein Open-Source-Projekt, das nennt sich Gnash. Das heißt, sie müssen komplett Cleanroom entwickeln, das heißt, ohne die Spezifikation zu lesen, reverse-engineeren, um halt sich vor den Anwälten von Adobe schützen zu können, weil sie halt wie gesagt beweisen müssen, dass sie diese Spezifikation nicht gelesen haben. Flash ist im Prinzip eine Mixtur aus verschiedenen grafischen Objekten, aus Filmen, aus Audio und aus Action-Skript und kann sowohl direkt aufgerufen werden in einem Browser, als auch in HTML-Embedded werden, als auch über einen Standalone-Player abgespielt werden. Bestimmte Flash-Sachen wie Flash-Video kann auch in speziellen Playern abgespielt werden, wie ich zum Beispiel, VLC kann ja auch mit Flash umgehen. Ja, im Prinzip ist so eine Flash-Anwendung sehr, also verinnert sehr stark an AJAG-Applikationen, das heißt, man lädt eine Applikation und die eigentlichen Nutzdaten werden halt irgendwie nachgeladen, wenn sie benötigt werden. Hier so eine Standard-Applikation, kennt jeder irgendwie, YouTube, das ist halt so gesagt, der Teil ist ein Flash-Video, ist auch glaube ich so die Einwendung, also das, was irgendwie so Google Maps für AJAX war, ist YouTube für Flash, denke ich. Was ist Flex? Flex ist im Prinzip Flash 9 plus Interface-Libraries plus die IDE. Die IDE ist Eclipse-basiert, es gibt auch ein Plugin für die alte IDE, die so mit Frames arbeitet und so weiter. Seitdem Adobe announced hat, dass ActionScript Open-Source wird, haben sie sich halt auch andere Open-Source-Sachen genommen, um halt ihre, über eine IDE zu verteilen. Und obwohl das halt Eclipse benutzt, ist die Bilder-IDI trotzdem immer noch proprietär, das heißt, man kriegt auch dazu keinen Source-Code und die kostet auch Geld. R ist die Adobe Integrated Runtime, hieß früher mal Apollo, und ist eine Möglichkeit, die man Desktop-Applikationen bauen kann, ohne diese, also Cross-Plattform-Desktop-Applikationen bauen kann, die die HTML, Flash und Flex benutzen können. Diese ganzen Technologien, die da eingesetzt werden, sind alle Open-Source, also WebKit, ActionScript, VM, basiert auf Tamarin, dem Open-Source-Projekt von Adobe und der Mozilla Foundation und SQLite für die Möglichkeit, auch offline arbeiten zu können. Das heißt, im Prinzip ist es ein Browser plus ein paar Erweiterungen von JavaScript, die so Sachen haben wie Sockets und File-Zugriff, also File-System-Operationen. Hier sind mal so ein paar Beispiele, wie so R-Applikationen aussehen können. Das erinnert erst mal überhaupt nicht mehr an den Browser, sondern halt eher an irgendeine Applikation. Und wenn das mal final wird, Oktober oder so, wird es massenhaft so eine Applikation geben, die auf R basieren. Flash-Filme sind Timeline-basiert. Das hat zu tun mit der Geschichte von Flash, weil das eigentlich früher mal eine reine Animationssache war. und es besteht aus einer Timeline und einer sogenannten Bühne. Das heißt, die Sachen, die in dem Flash-Film gerade ablaufen, eine aktuelle Frame, in dem der Film sich gerade aufhält, wird auf die Bühne gebracht und da eben sozusagen dargestellt. Die Referenzierung in den Filmen erfolgt über die Levelnummer. Und das heißt, das Anerline-Level 0 ist immer das erste Level, das geladen wird. Innerhalb des Films kann man alle Elemente, die in einem Anerline-Root-Scope sind, sind eher praktisch globale Variablen. Ich werde dazu noch etwas sagen, was das für eine Implikation hat. Das heißt, man kann von jedem Teil des Films immer auf diese Roote-Elemente zugreifen. Außerdem können auch Filme, die geladen werden in einen Film, in einen anderen Film lädt, kann dieser andere Film auch auf diese Roote-Elemente zugreifen. Die generellen Möglichkeiten, die Flash so hat, Flash kann HTTP-Requests und auch Banner-Requests machen, also zum Beispiel dieses RMF, kann andere Filme laden und ausführen. Der Player ist in der Lage, nativ eine ganze Reihe an Audio- und Videoformaten zu lesen, unter anderem zukünftig auch H.264 und AAC. Und man kann außerdem JavaScript ausführen, wenn der Film über den Browser ausgeführt wird. Kurz zu dem, wie der Interpreter funktioniert. Das heißt, wenn ich ihn auf der HTML-Seite habe, ich habe die Seite, über das Live-Connect-Interface wird mit dem Byte-Code-Interpreter gesprochen, und sozusagen darunter liegt halt der eigentliche Byte-Code, der die eigentliche Applikation ist. ActionScript ist eine Script-Sprache, die auf ECMA basiert, und ActionScript 3 soll komplett, sozusagen 100%ig ECMA-kompatibel sein. wird im Moment vor allem benutzt für Flash-Applikationen. Mir ist auch echt keine andere Art und Weise bekannt, wo es benutzt wird, oder halt für diese R-Geschichten. Und man kann ActionScript entweder zusammen mit anderen Daten oder eben auch ActionScript alleine zu SWF kompilieren. Früher war ActionScript, also ActionScript 1 hat nur so ein paar ganz rudimentäre, oder hat eigentlich nur die Fähigkeiten gehabt, Objekte zu animieren. Das ist mittlerweile anders. Man kann mittlerweile eine ganze Menge mehr damit machen. Wie gesagt, in der Version 3 kam Dockets dazu und so. Jetzt ist das ein ziemlicher Move. Ja, und die Version 3, wie ich schon gesagt habe, ist schon Open Source. Also der Compiler selber ist glaube ich nicht Open Source, aber die VM ist Open Source. Also Tamarin ist eigentlich die VM, die das nachher ausführt. In der Unterscheidung aus Security-mäßig einer ActionScript-Version 2 und Version 3 sind sehr wichtig, wenn man Flash auditieren will. Zum einen sind die meisten Applikationen immer noch irgendwie ActionScript 2, weil die meisten Designer von ihrer IDI nicht weg wollen und die IDI von Hause aus eigentlich nur ActionScript 2 macht und jetzt sozusagen die letzte Version, da braucht man halt ein Plugin, um das zu machen. Es gibt auch für ActionScript 3 keinen vernünftigen Decompiler bisher, sondern nur was man sich halt selbst zusammenbauen muss auf Basis von Tamarin. Für ActionScript 2 gibt es halt sehr, sehr schöne Decompiler. Ja, und der Byte-Code, der entsteht in der Version 2 und 3, ist halt komplett unterschiedlich und für ActionScript 2 auch noch nicht so einander machen, dass die Leute da irgendwas gebaut oder irgendjemand irgendwas gebaut hat, mit dem man das richtig gut dekompilieren kann. Dann ist es so, dass eine ganze Menge Security-Features und Fähigkeiten dazugekommen sind, beziehungsweise auch Sachen, die auch nötig sind, weil ActionScript 3 Sockets kann und bei Air auch JavaScript Extensions für ein Filesystem-Access hat, was natürlich sozusagen in der Security-mäßig erstmal auch nicht ganz unproblematisch. Ja, und wenn man halt mal so ein bisschen rumspielen will mit Flash und einfach mal so Flash dekompilieren will, dann kann man einfach hier gucken und sich mal Filme, also die so in der Flash-Datei runterziehen, die dekompilieren und einfach mal so ein bisschen mit rumspielen. Lernt man echt eine Menge. Das ActionScript, Sekunde. Das ActionScript Security-Modell hat sich über die Jahre sehr verändert. Seit Flash-Version 7 gibt es ein auch mehr oder weniger gutes Security-Modell, was in der Same-Rigion-Policy wie bei JavaScript enforced und zwar nicht nur für Filme, sondern auch für Sandboxing sozusagen auf dem Client-Host, außerdem um die Interaktion zwischen Browser und Movies, also im Planen Film zu klären, weil man konnte früher externe Variablen, das heißt man konnte also sozusagen von externen sich eine Variable holen, die man in den Filmen beim Laden sozusagen einfügt oder so. Das geht mittlerweile nicht mehr und außerdem kann man mit diesem Security-Modell auch alles, was mit Musik, Filmen, Textfelds und so weiter, also XML und so damit klären. Shared Objects, das ist so etwas Ähnliches wie Cookies in einem Browser, allerdings hat das ein paar Sachen, die auch Security-mäßig sehr, sehr relevant sind. Das eine ist, dass es keine Expiration-Dates gibt, das heißt, der löscht dich nicht von selbst. Bei Cookies gibt es ja sowas, der ist halt irgendwie nur für die Sitzung gilt, und sowas gibt es bei Shared Objects grundsätzlich nicht. Dann ist es so, dass das Cross-Browser funktioniert und da habe ich auch ein kleines Beispiel, um mal zu zeigen, wie das eigentlich gemeint ist. Also, ich nehme jetzt mal hier ein Beispiel, jetzt hier so ein bisschen klein, wo ich halt hier ein bisschen, also wo ich jetzt hier irgendwie was eintrage, sage, das ist ein Shared Cookie, das heißt, dieser Wert ist, wenn ich den hier lade, also die Datei hier lade, in einem anderen Browser, funktioniert jetzt nicht super. Ah, hat er nicht überschrieben, deswegen. Hä? Interessant. Okay, es müsste drüber gehen. Ich weiß auch nicht, warum es jetzt nicht funktioniert hat. Klasse. Macht er nicht. Also, das klappt normalerweise. Ja, das müsst ihr mir glauben. Also, es ist tatsächlich so, dass ich kann in dem einen Browser, also, warum ist das relevant? Es ist relevant aus dem Grund, weil viele Leute einen so einen Browser haben für den Alltag und dann sagen, ich habe einen anderen Browser und da sind nicht meine Accredentials drin. Das mag für die Cookies stimmen, aber es stimmt nicht für Flash. Das heißt, in dem Fall ist man dem trotzdem trackbar. was man eben eigentlich, wie gesagt, verhindern will. Und es gibt Bild innen nur relativ rudimentäre Möglichkeiten, beziehungsweise so Möglichkeiten, die ich persönlich für versteckt halte, die halt, ja, das ist ein bisschen irgendwie, ja, das ist halt einfach komisch vom Handling. Local Connection Objects finde ich ja mittlerweile sehr, sehr interessant, weil das ist der Weg, wie zwei Flash-Filme miteinander kommunizieren. das benutzt Shared Memory und keine Netzwerkverbindung, das heißt, das Plugin oder der Player so klärt die Kommunikation von zwei Filmen auch auf unterschiedlichen Domains. Die, also wie das sozusagen konkret in den einzelnen Betriebssystemen implementiert ist, ist sehr, sehr unterschiedlich, aber im Kern kann man damit halt auch sehr lustige Sachen machen. Ich will mich auch nochmal hier ein kleines Beispielen. Wo haben wir das? Also das sind zwei Filme. Hier zeige ich nochmal, dass es sozusagen zwei Domains, die ich da habe. Test 1, Test 2. und kann von dem einen, also von der einen Domain auf das andere was schicken. Jetzt kann ich auch gleich nochmal so einen Teil, den ich persönlich sehr lustig finde. Das ist ein Textfeld, was HTML kann. Das ist auf dieser Seite. Was dieser Flash-Film macht, ist, und jetzt ich finde das wie gesagt, das ist für mich eher der obskursten Security-Probleme, die ich so kenne. Das heißt, Flash nimmt den Inhalt von diesem Image, prüft, ob da hinten eine Extension ist, die es als Film oder als Bild irgendwie so erkennt und wenn das der Fall ist, dann wird das als JavaScript ausgeführt. In dem Fall wird es ja an den Browser übergehen über die Live-Connection-Stelle, aber ich finde das schon echt ein ziemlich aufs Ruhe und Bug, ehrlich gesagt. also in meinem Debug-Player, den ich habe, kommt auch eine Meldung dazu, aber das ist eben eine, die eben aus dem Grund kommt, weil er halt diese URL nicht richtig verarbeiten kann, aber in den normalen Playern passiert so etwas nicht. Da wird eben einfach das JavaScript und das Lustige ist ja auch, es wird erst das JavaScript ausgeführt und dann gibt es diesen I.O. Error. Per Default läuft das halt nur auf derselben Domain, aber man kann eben mit so einer Low-Domain-Stern das praktisch von allen Domains zulassen. Local Connections sind total spannend, wenn man so etwas bauen will wie eine Angriffs-Back-Channel in Flash statt im JavaScript, weil man damit eben sogar also praktisch die komplette Kommunikation zwischen Net2 und mehr Filmen einfach gehören kann und auch sozusagen in die Sandboxes einbrechen kann. Es gibt, wie ich schon gesagt habe, mehrere Möglichkeiten Flash zu embedden. Eine Möglichkeit ist, einen Flash-Film einfach direkt aufzurufen in einem Browser-Fenster. Die andere Möglichkeit ist, über einen Embed oder Object-Tag die Sache einzubinden oder halt über einen iFrame. In dem Fall, also Firefox zum Beispiel generiert automatisch eine Seite, um den Flash-Film und man den direkt aufruft. Die Kommunikation zwischen dem SWF und dem Browser funktioniert so, dass man mit AllowScript-Access die Möglichkeit hat, in beide Richtungen zu scripten. Also das heißt, ich kann ich kann mit diesem sogenannten External Interface kann ich halt sowohl also der obere Teil ist Flash, der untere Teil ist JavaScript. Man kann also auf diese Art und Weise einfach zwischen Film und dem umgehenden Skript einfach kommunizieren. und ja, so funktioniert das halt. Das heißt, in dem Fall wird einfach das, was ich hier habe, dieses AllowScript-Access in einem möglichen halt, wie gesagt, diese Kommunikation, man kann auf diese Art und Weise eben sozusagen aus dem Film heraus das umgebende HTML verändern. Außerdem gibt es die Möglichkeit, dass man während des Ladens per Embed-Tag eine Java-VM laden kann. Das Variablen-Handling von Flash sieht so aus, dass es während des Kompilierens gibt es Type-Checks und während der Ausführung nur noch Type-Casts. Sachen wie zum Beispiel private Methoden, die man in ActionScript benutzen kann, werden nur während der Compile-Time nochmal, also nur dort gecheckt und nachher nicht mehr. Und was meiner Meinung nach eben auch ganz interessant ist für einen Javascript-Entwickler und so, dass es halt genauso funktioniert mit diesem Proto-Parent-Prototype und so weiter wie bei Javascript. Also wenn man sozusagen Javascript entwickelt, dann ist ActionScript einfach total leicht. Das ist irgendwie praktisch eine sehr ähnliche Möglichkeit. Es gibt eine Möglichkeit, diese Filme mit Variablen zu versehen und zwar gibt es da mehrere Möglichkeiten. Das eine ist, dass man beim Embed einfach Variablen mitgibt und sagt Variable fu gleich bar und so weiter oder man kann das halt auch aufrufen direkt mit Get-Argumenten oder innerhalb eines Films mit diesem Load war einfach auch Variablen hinzufügen. Und diese beiden Arten das zu machen sind ähm sind äh sind äh das und das funktioniert auf genau dieselbe Art und Weise. Wird nachher interessant. Ich hatte vorhin schon erwähnt, dieses Analyne Root, Analyne Global, Analyne Level Null sind ähm für die Variablen Scopes interessant aus dem Grund, weil das sind Globalvariablen ähnlich wie bei PHP das heißt wenn jemand also bei hier PHP Register Globals das bedeutet dass ich Variablen von außen wenn sie nicht initialisiert sind einfach überschreiben kann. Ich werde dann auch mal ein paar Beispiele zeigen was man damit eigentlich anstellen kann. Hier ist ein Beispiel wie sowas funktioniert das heißt hier ist irgendwo das Root-Element Language die Variable in diesem Film und wird halt nicht also guckt nur ist es da oder nicht und da kein weiterer Check passiert kann ich da beliebigen Inhalt rein machen in dem Fall einfach eine andere URL injecten das heißt das was ich dann hier habe ist die Auflösung sozusagen in einfach diese URL slash player slash default lang .xml das ist das was dann aufruft und das kann man halt auch sehr schön sehen also gerade bei ActionScript 2 wenn man so einen Film dekompiliert dass man wirklich sieht also welche Variable man eigentlich da penetrieren kann das Security Sandbox Modell die so aus dass sie normalerweise voneinander getrennt sind das heißt man hat irgendwie Sandbox für A kommen eine Sandbox für B kommen man kann aber mit Security mit System Security und Domain die Sandbox von B mit der Sandbox A kommunizieren lassen das heißt beide können auf alle Daten der beiden Sandbox zugreifen und das gilt für alle Sachen die in der Sandbox sind sprich Variablen Objekte Klassen und so weiter außerdem die statischen Action Script Funktionen ja und auch zu allen anderen Objekten zu denen diese Sandbox Zugriff hat das heißt wenn diese Sandbox auch noch andere Möglichkeiten hat zuzugreifen also eine weitere Sandbox dann hat B automatisch auch den Zugriff alle Sachen die auf die A Zugriff hat Costument Policies sind im Kern so wie bei JavaScript das heißt in dem oberen Beispiel das ist der Film den man aufruft Beispiel zwei sozusagen selbe Domain alles da ist Access erlaubt hier genauso in dem Fall nicht ist ein anderes Protokoll in dem Fall auch nicht anderer Port in dem Fall nicht anderer Name wie gesagt wie JavaScript Man kann allerdings mit sogenannten Cross-Domain Policies einem Film erlauben von einer anderen Domain zuzugreifen also das heißt immer wenn ein Flash-Film einen Zug auf eine Domain hat die eine andere ist als die von der er kommt greift er automatisch auf diese Cross-Domain XML zu und kann und da kann so etwas stehen wie hier in dem Beispiel man kann außerdem innerhalb eines Films auch sagen okay das ist eine andere Location wo dieser Cross-Domain Policy liegt und kann damit sagen wie lagt das von slash fu slash bar slash blablabla XML die Flash-Player Security Settings sind echt schräg meiner Meinung nach weil man kann diesen Settings Manager so wie er ist nur auf der Webseite von Adobe aufrufen das ist eigentlich in vielerlei Hinsicht etwas was man erklären muss warum das so ist weil kein Administrator kann so etwas richtig verstehen oder auch erklären warum ist das so ich habe eine Vermutung dass sie dafür sorgen wollen dass dieser globale Manager den sie da haben nicht über irgendein Cross-Domain Fuba sozusagen in dem total falschen Scope funktionieren kann und es macht halt ich habe das angeguckt da passiert nichts Adobe manipuliert nicht in dem Player rum sondern es einfach tatsächlich so dass diese globalen Settings die man auf der Seite aufruft tatsächlich die Settings auf dem der Rechner erinnert ich habe nicht gesehen dass irgendwas passiert wo Adobe guckt wie die Einstellungen sind oder so also ist ganz merkwürdig und man kann aber in diesen Einstellungen global sagen wie groß sollen die Shared Objects sein also oder oder also welche Domains also nach welchen Domains zugegriffen werden oder es gibt ja auch diese Geschichte dass zum Beispiel ein Flashfilm der lokal geladen wird nicht auf Ressourcen im Netz zugreifen darf und dann kann man hier sagen welche Filme es doch dürfen und so weiter für die Sachen die auf einer Domain liegen was ist habt ihr vielleicht schon mal gesehen wenn ihr auf den Film draufklickt da gibt es so ein Settings Tab und das bringt das hier hoch wo man sagen kann okay Zugriff auf Kamera auf Mikrofon und so weiter immer für die entsprechende Domain auf der gerade der Film geladen wird und ja wie gesagt auf der Basis einer einzelnen Domain beziehungsweise eines einzelnen Full Qualified Domain also sprich sozusagen Hostnamen viele von den Problemen glaube ich die diese Technologie hat ist einfach Legacy Support weil gibt es zwar für die ganzen aktuellen Systeme oder für einige von denen gibt es den Player Version 9 aber es gibt auch noch Sachen wie NT und 95 beziehungsweise macOS 9 die sind bei Player Version 7 gibt dieses Flashlight für Mobile Devices das ist auch Version 7 Pocket PC auch und diese Geschichten für die PSP sind das ist ein Albtraum also wenn man sich das anguckt aus Security Sicht man kann damit tatsächlich irgendwie seine PSP routen habe ich festgestellt weil die die ganzen Buffer Overflows die es gibt für diesen Dexap Player die gehen da halt so man muss halt nur den entsprechenden Shell-Code selber bauen das jetzt erstmal für die Security Basis gibt es dazu erstmal eine Frage Flash Exportation beziehungsweise Exploits die Flash benutzen kleinzeitige Angriffe sind ja einige möglich wie wir schon auch gesehen haben das klassische XSS oder halt Geschichten wie man Variablen überschreibt was ich auch nochmal gleich zeige wie das funktioniert und welche lustigen Sachen man das machen kann dann gibt es Großzeit Flashing das heißt ich kann andere Filme laden als gedacht und wozu Flash auch sehr gerne eingesetzt wird ist einfach für Request Forging das heißt ich will einfach dass ein User irgendwas submittet und kann sozusagen das in einen Flash Film einbauen und das passiert so dass er es auch nicht mitkriegt außerdem kann man natürlich Flash für Massenexplots einsetzen oder Backdoors was auf MySpace ziemlich häufig passiert und natürlich gibt es immer wieder diese ganzen Waffe Overflows gerade wurde eine gefixt der auch wirklich nicht ohne ist weil der überall funktioniert und der Shellcode den man braucht auch also es gibt sozusagen diesen Exploit und alles was da irgendwie dazugehört für Versionen unter 9.0.47.0 und nachdem was ich so sehe in meinen Logfiles haben nur knapp 10% der Leute tatsächlich den aktuellen Player das heißt ich würde mal sagen dass sehr viele Leute haben dieses Flash inaktiviert ich würde mal sagen dass irgendwie 50-60% aller Leute einfach mal gegen den Overflow verwundbar sind außerdem wenn man moderne Angriffe wie dieses DNS Rebinding was heißt modern aber dieses DNS Rebinding benutzt kann man halt eine ganze Menge sehr sehr schmutziges Zeug machen da habe ich auch ein paar Beispiele oder ein klassisches Beispiel wie es von euch jemand nicht was DNS Rebinding ist und zwar ist die Idee bei Browsern zum Beispiel da nennt sich das DNS Pinning ist das so beim ersten Zugriff des Browsers auf eine Domain macht er ein gethost per name und kriegt zu dem Namen den er aufruft eine IP den pinnt er sozusagen für die Dauer der Session in den Browsern wenn der Host den man erreichen will beim nächsten Zugriff nicht mehr unter der Adresse und unter dem Port erreichbar ist macht er wieder diesen gethost by name und kriegt dann eben die entsprechende neue IP ist wichtig für Sachen wie zum Beispiel Google oder so hat aber eben auch für Angreifer die Möglichkeit also er bietet die Möglichkeit dass er dann bei diesem anderen Zugriff den er macht eine lokale IP zurückgibt und das Problem ist dass DNS in vielen vielen Fällen sowohl bei JavaScript als auch bei Flash praktisch für Security benutzt wird für die DNS niemals gedacht war das heißt die ganzen Cross-Domain Policy beziehen sich auf Namen und diesen Namen kann man sehr sehr einfach mit praktisch beliebigen IPs versehen wenn man nicht ein Netzwerk Admin hat der weiß was er da tut und sozusagen sagt wenn ein Request von außen kommt und dir eine IP gibt von einem lokalen Netz dann bitte werf das weg da zeigt dann noch so ein Angriff wie das funktioniert eine Funktion die die bei ActionScript 2 funktioniert oder die bei ActionScript 2 existiert heißt getURL das ist praktisch einfach ich habe eine URL und den Target Frame in dem das passieren soll als Target Frame in dem Fall so wie bei irgendwie target anderes Fenster man kann aber in diesem getURL auch JavaScript unterbringen und kann aber eben auch und das ist ja das Lustige man kann auch eine DOM Injection machen das heißt was ich vorhin gezeigt habe mit dem JavaScript das funktioniert auch so dass man in das DOM der entsprechenden Seite einfach Code indizieren kann das Cost-to-Main-Flashing sieht so aus dass man sagt ich habe einen Film der einen anderen Film lädt und habe dann die Möglichkeit in dieser Sandbox Variablen zu setzen und Variablen zu lesen das Interessante ist immer wieder wenn bei Flash eine Kommunikation stattfindet die nicht also sozusagen zwischen Browser und dem SWF gibt es immer total seltsame irgendwie Effekte und in der Regel kann man dadurch Daten stehlen ich gebe eine ganze Menge Beispiele wie gesagt ich habe 30 Folien mehr wie man sowas eigentlich ausnutzen kann ja und wenn irgendwas da gebrochen wird zum Beispiel halt diese Domain Policy dann passieren Sachen die mit ehemal eben überhaupt nicht so gedacht sind die Werkzeuge mit denen man eigentlich testet oder also zum Teil sind die gar nicht gedacht um jetzt wirklich Auditing zu machen oder so sondern sind eigentlich mal gedacht gewesen um einfach so ein Film zu dekompilieren und zu sagen okay ich will jetzt irgendwie mal gucken wie die Funktion gebaut hat oder so das ist dieses Flare Flare funktioniert nur für ActionScript 2 und gibt aber am Ende tatsächlich wieder ActionScript zurück das heißt man kann dieses ActionScript auch wirklich lesen als ActionScript mTask ist ein Compiler der ist eigentlich für ja ist ein Compiler der ActionScript 2 von der Kommandoseller aus kompilieren kann Flasm ist ein Disassembler das heißt der hat auch die ganzen Timelines und alle Objekte die sonst noch so sind außer von dem ActionScript dieses svf Mill ist ein Converter wo man halt sozusagen XML und svf konvertieren kann ineinander so und interessant für irgendwie Developer und auch für Security Leute ist auf jeden Fall die Debugger Version von dem Flash Player weil der alle Sachen alle Fehler jede Sandbox Violation und und ja und Traces und so einfach auf einer Kommando also in File Log was man sich angucken kann ja was ich besonders liebe mittlerweile ist dieses Hex das ist ein Compiler der sowohl Neko was eine eigene Sprache ist als auch Javascript als auch Actionscript kompilieren kann der benutzt zurzeit noch glaube ich glaube ich Flex wird aber irgendwann verschwinden also es wird irgendwann total stand alone sein und das insofern ganz schick weil man damit tatsächlich irgendwie so Applikationen bauen kann die komplett ohne das ganze Adobe Zeug auskommen und man eben sozusagen alles auf einmal hat also sowohl das Actionscript als auch die Serverseitige Geschichte also das Neko ist halt eigentlich für die ganzen Serverseitigen Sachen und die Actionscript Geschichten für den Client hier sind ein paar Beispiele wie man wie man die Sachen so aufruft dieses Flare ist halt No-Brainer einfach aufrufen mit der Datei dieses Kompilieren da kann man die Version mitgeben was auch sehr spannend ist und auch sehr wichtig teilweise interessant ist noch wie man Backdoors zusammenbaut das heißt man nimmt eine Datei nimmt eine andere und schiebt beide zusammen damit kann man zum Beispiel eine Backdoor von den Playern also von Videoplayern machen ja das sieht man an den Folien genau AS Function das ist eine Möglichkeit die man aus einem Flashfilm heraus auf Actionscript Funktionen zugreifen kann die Idee ist ich habe halt irgendwie ein HTML Feld und sage wenn jemand hier raufklickt dann soll sozusagen diese Funktion ausgeführt werden das Ding ist ja praktisch im Pseudeprotokoll weil es tatsächlich wie ein Link funktioniert dieses HTML in Flash bedeutet dass man halt diese Objekte vom Typ Textfeld haben kann und kann halt so eine Handvoll Text rendern interessant sind natürlich ja also das ist so ein Beispiel wie man so ein Textfeld hat irgendwie also auch von der Syntax her finde ich total selbsterklärend genau hier haben wir jetzt mal ein Beispiel von so einem HTML Text der diesen Button Text zulassen würde über eine Manipulation der URL das heißt man kann in diesem Fall HTML Code indizieren also diese also von den ganzen Texten eigentlich am interessantesten AHF und Image Tags weil das sind die einzigen die man tatsächlich mit URLs versehen kann mit denen man was anfangen kann die Beispiele wie man das benutzen kann ist zum Beispiel wie gesagt man kann halt ein JavaScript machen man kann aber auch eine DSR-S-Funktion benutzen oder man kann ja also das ist sozusagen immer mit einer normalen ActionScript Funktion hier mit so einer mit so einer Public Function und hier man kann natürlich auch native Funktionen benutzen sowas wie AHRF, Action IS Function System Security Allow Domain und dann die Domain Namen interessant bei den Image Tags in dem Fall den wir gerade hatten da ist der Film Version 8 der sozusagen dieses SWF laden soll seit Version 8 gibt es aber eine Violation wo da sagt hallo ich bin hier ein anderer Host jetzt kann man aber diese Geschichte so machen dass man sagt ich kompiliere die mit Version 7 und wenn ich die mit Version 7 kompiliere dann funktioniert das warum ist das so ich habe da auch lange drüber nachgedacht ich bin der Meinung dass der Hauptgrund eben dieser Legacy Support ist dass sie zum Teil einfach ihre Security Policies downgraden müssen damit die Leute Flash überhaupt benutzen können also damit die einfach nicht die Applikationen brechen weil diese alten Flash Anwendungen die es nah zuhauf gibt einfach mal nicht mit Security in mind irgendwie gebaut wurden und deswegen sind so eine Sachen halt möglich und da gibt es noch ein paar andere Beispiele wo diese Downgrades einfach passieren und das ist halt schon auch einfach schräg so wenn man halt in den Flash so ein bisschen rumguckt und rumpikst und so fallen einem eine Menge so komischen Sachen auf wo sowas passiert einfach wo du sagst huch wieso ist das so achso genau das hatten wir schon das Beispiel was wir vorhin gesehen haben dass man einfach hier eine Extension heranhängt und das wird ausgeführt und man kann das selber natürlich auch mit einer AS Function machen Stefano DiPaola hat irgendwie die Abkürzung PNDF eingeführt die ich irgendwie sehr nett finde das steht für Potentially Dangerous Native Functions das sind die Funktionen die man mit externen Variablen also mit externen Inhalten versehen kann also diese Load Variables Geschichte oder Load Movie oder XML Load und so weiter also alles Sachen wo eine URL getriggert wird die irgendwie Dateninhalte die man nachher weiterverarbeitet in ActionScript 2 ist halt eher so eine Sache dieses Load Movie wenn dann zum Beispiel also hier in dem Fall diese M-URL wäre jetzt ein ein GetString in der URL mit der der Film aufgeladen wird mit der der Film her aufgerufen wird also kann man zum Beispiel so Sachen machen wie hier machen wir einen AS Function getURL javascript bla 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 und das wird eben tatsächlich so also wird dann so ausgeführt das heißt der Teil wird einfach weg also der wird überhaupt nicht benutzt aber der Teil wird sozusagen einfach so ausgeführt wie man die Syntax getURL javascript alert wenn man das mit der AS Function macht und alle von diesem PNDF die ich vorhin gezeigt habe erlauben diese AS Funktion die man halt aufrufen kann diese ganzen Video Player Geschichten die es gibt werden über das Netstream Play also über das Netstream Objekt gehandelt und diese diese FFV hat eine ganze Menge irgendwie an Metadaten die Metadaten sind selber AMF was für ActionScript Message Format steht das ist was also überall wo irgendwie Daten hin und her gesendet werden bei Adobe also bei bei diesem Adobe Produkt wird halt AMF benutzt ganz hessiges Binärformat finde ich ja und die und diese Metadaten sind halt so Höhe, Breite, Größe Datenrate und so weiter gibt für diese Metadaten Geschichten Editoren die meisten davon sind Open Source außer der der ist nicht Open Source aber die anderen vier sind es und der ist noch nicht so ganz fertig man kann aber in diese Metadaten Daten indizieren das heißt wenn ich so einen Film lade dann gibt es diesen Metadata Event und der passt die Metadaten in einer Art und Weise dass man die auf der Seite darstellen kann oder irgendwo eben zeigt wie das Ding heizt und so weiter also man kann sozusagen das in so ein Literal laden und sagen okay das ist vom Typ Nummer mit dem Namen und dem Wert versehen man kann sowohl den Typ ändern als auch den Wert und kann beim Laden auch wieder direkten Cross-Site Scripting ausführen wenn man das auf diese Art und Weise macht dasselbe natürlich auch für MP3 also dieses OnID3 macht praktisch exakt dasselbe XML-Load ist eine Funktion mit der man eigentlich Applikationsdaten in den Flashfilm lädt und sagt okay ich habe irgendwie meine ganzen Variablen Geschichten in der XML-Datei so definiert und manchmal ein Beispiel dafür wo haben wir es also RTL hat es halb gefixt zum Beispiel was sehen wir wir sehen www.nokia.com und wird halt versehen mit einer XML-Datei von nokia.websitesecurity.org und diese Config XML beinhaltet sozusagen die Nutzdaten der Applikation die man benutzen kann also einfach eine XML-Definition in der das drin steht was man so haben will das lustige ist dass man eben tatsächlich diese Applikation so verwenden kann wie die gedacht ist ich sage jetzt okay ich akzeptiere und starte den Download okay in dem Fall kein Download sondern gehe einfach auf die Seite von von OpenMoco ein anderes Beispiel ich habe das mal Vose Lied genannt also die Originalseite sieht so aus dass man halt dass man da so eine Form hat wo man halt so Kandidaten hier rüberziehen kann und irgendwie so auf diese Art und Weise wählt ich habe jetzt mich mal beschränkt auf den Teil der nur die Wahl ist und habe da halt die Möglichkeit eben diese Applikation genau so zu benutzen also bin auf der bin auf CNN und kann halt da irgendwie einfach ich wähle jetzt mal so meine Lieblingshacker und submitte das und habe dann eben die Daten auf meiner Domain es ist natürlich klar dass man diese Sachen auch für stinknormales so kurz als Scripting benutzen kann das heißt das Cross-Site-Scripting steckt in dem Fall steckt das in diesem in dieser Datei drin dasselbe natürlich bei dem Nokia-Beispiel auch ja das ist dieses XML-Load wie gesagt sozusagen der ganze Inhalt der Applikation kann man halt sozusagen austauschen in dem Fall und durch eigene Inhalte ersetzen Modifang ist jetzt egal brauchen wir jetzt nicht Flash-Do also ja Backdoors hatte ich schon mal erwähnt nimmt man eben einfach irgendwie eine Datei die praktisch also nur also das ist ja eigentlich die wichtige Teile dass ich sage okay das ist der der Teil den ich eigentlich haben will also alles was hier irgendwie mit dem JavaScript zu tun hat und kann das so kompilieren dass ich erst die Sourcer von diesem Film kompiliere und danach mit diesem SWF Combine einfach an an den anderen Film anhänge beziehungsweise entweder davor packe oder einfach sage ich will ich will das in irgendein bestimmten Frame packen und damit kann man halt auch echt fiese Sachen machen so Fortune habe ich vorhin schon mal erklärt was man machen kann man kann halt sagen okay ich habe irgendwie Loadmaß kann halt irgendwie jetzt Request-Header hinzufügen bis vor einiger Zeit ging auch die Geschichte dass man beliebige Header benutzen konnte das ist vorbei das heißt Adobe hat sowas wie den Referer rausgenommen allerdings kann man wie man hier schön sieht einfach sagen okay dann mache ich es halt so geht halt auch hat allerdings zum Teil den Effekt bei einigen Browsers mit dem er zwei Referer hat Text-Chainers habe ich vorhin auch noch ein bisschen erzählt und zwar gibt es ja dieses Backframe und Beth Beef besser gesagt mit dem man wenn man ein Kostascripting auf einer Domain hat einfach Clients fernsteuern kann weil JavaScript im Prinzip nicht mehr ist als eine bequeme Möglichkeit weiß Gott eine bequeme Möglichkeit einen Browser fernsteuern und man kann natürlich sowas auch in Flash bauen interessant ist dass man die Payloads in verschiedenen Sprachen haben kann also in JavaScript in ActionScript also zwei oder drei und im Prinzip ist es halt ein Client also auf Clientseite ein Loader der einfach den Film lädt und auch seine Payloads auf der anderen Seite ein Control Server der sozusagen einfach zu den einzelnen Clients die Verbindung hält und entsprechende ja also entsprechende Anweisungen gibt wir überlegen gerade ob man ob es eine Möglichkeit gibt in diese Shared Object selber wieder Flash zu packen was natürlich echt sexy wäre Self-Containing Flash kommen wir nochmal zu einer wie ich finde sehr spannenden Sache die Sockets in AS3 sind halt Raw Sockets also ich habe bisher noch keinen Weg gefunden die man da also damit auch ein Listening Socket hinkriegt es sind also man kann halt ein Connect machen damit es gibt ein sehr schönes Beispiel das Martin und Kanatoko entdeckt haben das ist sozusagen mal so ein Beispiel für so eine DNS-Rebinding-Attacke das heißt ich habe jetzt hier irgendwie eine IP die ich eingebe und sage bitte scannen wir die mal was passiert der erste Schritt ist dass auf einer Seite geforwardet wird die sozusagen mir die lokale IP zurückgibt also wenn ich jetzt diesen Host-Namen auflöse mir angucke ist das die 127.001 jetzt Flash hat halt kein Pinning sondern einen Timer das heißt nach 12 Sekunden fragt er immer wieder nach das heißt jetzt sieht man hier sehr schön ich habe halt hier irgendwie offene Ports Port 8080 ist ein Proxy Port 80 ist mein Web-Server und man sieht halt hier auch schon dass er in der Lage ist die Daten auch tatsächlich zurückzuholen das was ich hier sehe ist mein Listing das Ding benutzt wie gesagt Rebinding das heißt ich mache diesen Zugriff kriege eine IP zurück der scannt den und schickt das an irgendeine andere Geschichte es gibt ein es gibt ein weiteres Beispiel was wir entdeckt haben vor allem David Neu und zwar gibt es seit ActionScript 3 ein sogenanntes Security Error Event die Idee dahinter ist dass wenn man einfach nur ein I.O. Error hat nicht genau sagen kann ob ein Socket nun zu ist oder der Server einfach nicht erreichbar dieser Security Error Event sorgt dafür dass man sofort wenn er einen Port zu ist die Nachricht kriegt das Ding ist zu das heißt aber es ist praktisch ein Side Channel den man hat um rauszubekommen ob denn ein Port offen ist oder nicht weil wenn ich sofort eine Antwort kriege ist er zu okay und was passiert wenn er länger braucht dann scheint er offen zu sein dass das funktioniert können wir hier oder dann kann ich hier nochmal zeigen also es ist natürlich bei weitem nicht so sophisticated wie ein Angriff mit DNS Rebinding aber der braucht halt auch nicht so viel Infrastruktur weil das Ding funktioniert halt einfach man sieht die beiden Ports die offen sind werden auch angezeigt und das ist halt wie gesagt das braucht keinerlei Infrastruktur beim Angriff braucht halt nur dieses JavaScript was dann nachher die Ergebnisse wieder zurückbringt also für einen schnellen Scan für zwischendurch reicht das wenn man halt richtige Angriffe auf dem Intranet irgendwie machen will dann braucht man halt tatsächlich ein Rebinding was aber jetzt auch keine Magic ist noch ein paar Takte zu R R ist halt noch nicht Final das heißt eine ganze Menge von den Sachen die ich jetzt sage sind jetzt gerade sozusagen aktuell aber es kann natürlich sein dass sich das zu finalisierten Versionen ändert interessant ist wieder mal so eine typische All-Or-None-Security das heißt wenn man von Hause aus geht erstmal relativ wenig so angriffstechnisch aber andererseits wenn man wenn man dann erstmal irgendein Einstiegspunkt gefunden hat ist sie sofort komplett weg also wenn das halt irgendwie ein DNS-Rebinding ist oder ein Cross-Sales-Scripting oder was auch immer dadurch dass es halt diese R-File-Stream-R-Socket-Funktionen gibt kann man eben im Fall wenn das eben dieser Browser also das ist halt ein Browser wie ich schon gesagt habe hat man tatsächlich eben eine Möglichkeit auf die Sandbox zuzugreifen auf die Platte zu schreiben Socke zu öffnen und so weiter außerdem was ich sehr schräg finde ist dass man tatsächlich zur Laufzeit Files innerhalb der Runtime ändern kann man kann Zertifikate austauschen man kann irgendwie den ganzen Inhalt halt so verändern wie man das gerne haben will außerdem hat der AMF-Parser von dem dicken Bug habe bisher noch keine Zeit gehabt da mal ein bisschen näher reinzugucken aber irgendwas ist da kaputt und ich glaube es ist wertig das mal anzugucken also vorhin gesagt es gibt irgendwie bisher nur einen sehr rudimentären D-Compiler das ist halt einer der auf der Basis von Tamarin existiert habe jetzt hier mal irgendwie so ein Beispiel wo einfach so Print Hallo World und das ist halt der Teil der im Ausdruck geben wird das ist halt kein richtiges Action-Skript mehr sondern einfach so Pseudocode aber zum auditieren von Anwendungen reicht es wenn das jetzt alles ein bisschen scary war so und zu sagen okay ich will trotzdem ich brauche Flash aber habe die Möglichkeit einen anderen Flash Player einzusetzen eine Alternative wäre Gnash das ist ein Player der auf der Basis von GameSWF entwickelt wurde hat vollen Flash 7 Support minus die Bugs also minus ein paar der Bugs ein paar Bugs hat er auch sie sind aber dabei gerade Version 9 Support zu machen und sind jetzt gerade in der Phase wo sie sehr sehr viel über Security nachdenken und habe halt auch mit Rob Savoy auf dem Camp darüber gesprochen werde ihnen auch ein bisschen helfen habe auch echt ein sehr großes Interesse daran dass es eine Open Source Variante von den Dingen gibt das ist wie ich vorhin schon gesagt habe Cleanroom Design das heißt sie lesen selber die Specs von SWF also von dem SWF nicht sondern entwickeln die halt so wie sie sozusagen die SWFs die ihnen begegnen irgendwie parsen können und ja ich bin halt sehr gespannt auf was daraus wird also sie haben irgendwie eine ganze Menge Funding mittlerweile das heißt das könnte auch wie ein ganz nettes also ein ganz nettes Produkt dann am Ende damit bin ich auch schon durch praktisch ja was man so erwarten kann in nächster Zeit das gibt irgendwie in den Servern vor allem irgendwie RTMP Buffer Overflows und zwar richtig dreckige so im klassischen Sinne von wegen so und so lang ist die irgendwie jetzt folgen Daten die sind so und so lang wenn man das ändert und irgendwie da hinten sein Payload reinschreibt dann wird das direkt ausgeführt ähm da wundert mich dass man sowas also dass sowas nicht auch die Ingenieure sofort sehen ist mir halt echt zu hoch dann ähm woran ich auch gerade arbeite ist ein ist ein Proxy und Faser für dieses AMF und eine RTMP-Garaffel ähm außerdem eben eine statische also eben für statische Kundenanalyse von diesen Dingen das heißt man man dekompiliert die und guckt was für Funktionen da drin sind und kann dann sagen okay das könnte exploitbar sein dann ist es so dass ähm eine ganze Menge DNS-Rebinding-Angriffe ähm Flash benutzen klar man hat halt Sockets anders als bei JavaScript das heißt man hat halt sehr sehr mächtige Möglichkeiten für ähm ja eben für so Angriffswerkzeuge ähm die Security-Wiki gibt es unter www Flash-Tack-Org wen das interessiert so dann habe ich noch hier an die Folien äh so ein paar Links und so rangehangen drei Seiten das steht eigentlich so auch ähm ähm alles an Sachen drinnen die man irgendwie wissen muss eine Seite ausschließlich DNS-Rebinding ähm weil ich glaube das halt schon auch ein Thema ist was man einfach wissen sollte und ja im Freenode gibt es einen Channel-Flash-Tack wer sich dafür interessiert wer selber gucken will Fragen hat oder so kann da auch hinkommen okay damit bin ich genau fertig geworden tata okay gibt es noch irgendwelche Fragen ja aber ich finde ja das sind so Sachen die sind selbst erklärend wenn du nämlich mal guckst wenn du nämlich dir mal so ein Flash-Game anguckst und einfach irgendwie das über den Proxy spielst und dann siehst was er sendet das ist ja keine Kunst also das zu finden ist ja irgendwie das ist ja ganz klassische Web-Security viele von dir die ich hier gezeigt habe es gibt also Bedarf sowas zu implementieren aber ich wüsste jetzt nicht wie man sowas sicher machen könnte doch gibt es AES man könnte das ja also es gibt so Krypto-Libraries für Action-Script also dass man einfach diesen Stick quasi verschlüsselt genau also das wird ein bisschen letztlich sprengen ich habe die Diskussion schon ein paar Mal geführt also es gibt Möglichkeiten sowas zu machen man kann natürlich auch also es gibt auch andere Angriffe wie zum Beispiel auf den Memory von dem von den Player dass man in der Memory was überschreibt und dann sagt schick jetzt die Daten raus weil sie das irgendwie wesentlich cleverer lösen in manchen Spielen aber dann geht das auch da kannst du das auch ich kenne sogar jemanden der hat darüber schon eine Wie gewonnen aus Österreich das finde ich ganz nett aber wie gesagt die Sachen rausgenommen weil ich finde das sind halt sehr sehr klassische Sachen also die also gehören also ich habe die noch erst drin gehabt aber dachte halt das ist irgendwie so basic dass das irgendwie dann doch nicht nötig ist das hier noch mit drin zu haben aber gut dass du es erwähnt noch eine Frage noch Fragen okay dann viel Spaß bei der Abschlussveranstaltung Vielen Dank